Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ostreff. Gleich als erstes, ich habe herausgefunden, dass hier im Warnhaus, wenn man nur Plus und Minus klickt, ist es einerweise, hält man Shift gedrückt, sind es 10er Stellen, die man erhöht. Ich hätte hier gern noch 100er Stellen, vielleicht mit Alt oder Steuerung oder so. Das wäre toll, wenn man das auch noch mal erhöhen könnte. Ich könnte hier auch die Männer rausschmeißen. Okay, gut, aber das nur als Ergänzung. Wir bauen Carpenter, genau, weil wir ja, deswegen lassen wir die Stämme hier wegmachen. Hier wird alles andere reingeworfen. Sonnenblumen, ja, will ich hier kommen. Sollen sie reinwerfen, was geht. Für uns ist wichtig, wir schauen erstmal, dass der Carpenter fertig wird. Dann können wir nämlich unsere Mobilität verändern. Was fehlt hier? Nägel. Die muss dann einer holen. November. Manager ist noch drin. Die Felder würden dann wechseln. Wechseln. Haben wir noch Leute, die nichts zu tun haben. Na, ich glaube, die sollten dann hier auch... Ja, jetzt wird Holz gebracht. Da kann ein neuer Bauabschnitt dann beendet werden. Das ist gut. Okay, der wird weggenommen. Der wird weggenommen. Der, der... Der soll auch weg. Dann graben wir uns mal so ein bisschen durch den Wald. Wie sieht's aus? Mit Holz. Oberkante, Unterlippel, sag ich da nur. Ich hab natürlich hier jetzt in Auftrag gegeben, dass mal 1000 Nägel rein sollen. 200 Holz sollen hier rein. Da soll noch ein bisschen was gemacht werden. Einfach, dass wir diese Vorratshäuser auch nutzen können. Und hier diese Häuser so ein bisschen entlasten, wo die Produktion normalerweise stattfindet. Drei Fisch sind hier drin. Wie viele sind hier in den Marktständen? Ein Fisch. Okay. Überall eins, ne? Das ist hier einmal nur einer Weise. Oh, es geht weiter. Neuer Abschnitt ist da. Oh, schön, das Dach. Und das kleine Vordach auch. Das Nebengebäude. Okay. Da fehlen zwei Nägel. Echt jetzt? Zwei Nägel? Hm. Wegen zwei Nägel? Ihr macht mich fertig. Jetzt zieh sie doch beim anderen aus der Wand. Ist doch wurscht. Macht doch einfach. Na, jetzt müssen wir warten, bis hier zwei Nägel geliefert werden. Die Mühle. Arbeitet hier aber auch schon. Ich weiß gar nicht. Ich hab noch gar nicht geguckt, wie diese Art von Mühle heißt. Die hier mit so einer Verlängerung. Wenn da einer dran zieht, kann der sozusagen diese Mühle nach... Das ist ja ein drehbarer Fuß. Oh, es wird Winter. Das ist ein drehbarer Fuß. Da kann man die Mühle immer nach dem Wind drehen. Also hier an dieser Verlängerung. Da reicht ein oder zwei Leute. Und dann könnt ihr die ganze Mühle drehen. Das ist ziemlich cool. So, bald ist auch vorbei mit dem Fisch. Dann werden wir natürlich hier die Fischer rauswerfen. Das können wir eigentlich jetzt schon machen. Es fährt eh keiner mehr raus. Jetzt ist es auch zugefroren. Da kann der Fisch noch geholt werden. Und dann ist es das dann auch. Im Winter ist jetzt sowieso Produktionszeit. Und deswegen werden wir die Wohnhäuser oder zumindest ein Wohnhaus schon mal anwerfen. Und zieht ihr hier alles weg, ne? Aber ich will erst warten, bis der fertig ist. Er ist fertig. Jetzt kann sofort einer rein. Einer reicht mir. Und ich hätte jetzt gerne... Ähm... Da. Das da. Car Parking. Und den hätte ich doch gerne... Ich brauche ein bisschen Überblick. Da ist er gut. Und hier nehme ich gerne... Nein, stopp. Einen lasse ich mal stehen, als geordert. Kann ich die anderen... Removen. Drag and drop. Zu einem anderen Location. Ich ziehe die alle mal da hin. Und gucke, ob da unten das Ding hier leer wird. Der hat den Auftrag, einen Car zu bauen. Und die anderen warten, dass die rüber geschoben werden. Wird da jetzt einer eingeparkt? Ne. Die sind ja auch so in Dauer. Dauerbenutzung, oder? Wer bringt denn jetzt bitte hier die Dinger rüber? Kann das mal einer... Bist du das? Bringst du die rüber? Noch ein bisschen beobachten. Den fahren wir mal hinterher. Ne. Da ist umgeparkt worden. Oh, Gott sei Dank. So, hier ist jetzt einer frei. Da steht jetzt einer. Okay. Und das heißt nämlich, ich würde... Gerne... Hier... Bei den Fischen? Das wäre auch nicht schlecht, oder? Was kostet das an Holz? Gar nichts irgendwie. Das ist so umsonst irgendwie. Dann packe ich... Einfach hier, statt dem Haus, so ein Carsharing rein und sag, äh... Da vier Stück. Und der wird umgeparkt. Und hoffentlich jetzt von ihm... Oder ist das ihr? Was mir auffällt gerade... Ich mach mal langsamer. Die Klamotten haben sich geändert. Die schöne... Sommertracht ist jetzt hier... Dem dicken... Ähm... Mänteln gewichen. Ne. Die haben jetzt alle... Dickere Mäntel an. Die Jungs mehr in Dunkel und die Damen eher in Hell. Also auch die Tracht hat sich jetzt, äh... Der Jahreszeit so ein bisschen angepasst. Finde ich super. Da ist der Carpenter. Der baut jetzt fleißig an dem Wagen rum. Den hat er jetzt fertig. Und den schleift er natürlich ganz persönlich... Handverlesen dahin. So. Und wenn das nicht ausreicht... Und ich glaube, es reicht nicht... Dann muss man hier... Einen Zweiten... Setzen. Und das wäre jetzt der Fall. Und auch hier gebe ich mal... Richtig professionellen Auftrag. Damit wir in Zukunft genügend Karren haben. Das Ding ist leer. Das können wir demolischen. Und dann haben wir nämlich hier Platz. Und das bedeutet... Wenn wir uns hier drüben so ein bisschen ausbreiten... Wäre es vielleicht nicht schlecht... Wenn für die Lehmgrube... Dann auch nochmal... Ich habe es angekündigt. Ich habe es angekündigt. Jetzt wird hier mal richtig... Auch für Thatch... Am besten auf die Rückwand. So, ne? Ähm... Das wäre... Glaube ich nicht verkehrt. Wollen wir ein bisschen seitlich setzen? Wollen wir ein bisschen von oben gucken... Das ist die Symmetrie... So ein kleines... Das sieht doch gut aus. Nicht ganz. Ecke. Oh, so. Bündig. Guck mal hier. Was denn? Der snappt an. Cool. Und auch hier... Vier Karren. Also das soll jetzt nicht unser Problem sein... Da die Karren zu produzieren. Da wird ein Haus gebaut. Das heißt, das andere... Kommt... Ins Continue. Die Felder haben gewechselt. Der Carpenter hat Aufträge. Gut. In der Mühle wird fleißig gemacht und getan. Die habe ich rausgeworfen. Da wird gebaut. So. Und die Idee ist jetzt... Da wir hier jetzt ein bisschen Platz haben... Den Balken zu demolischen. Zu sagen... Wiedersehen. Das Campfire können wir doch eigentlich auch jetzt mal weg machen. Und diesen Balken ebenfalls demolischen. Und dann hätte ich gesagt... Jetzt kommen wir mal der Sache näher. Vielleicht wäre hier... Eine Parkbank... Nicht verkehrt. Da... Und da hätte ich gedrückt halten können. Das wäre ein bisschen schlauer gewesen. Aber hier... Und vielleicht auch hier drüben. So... So ein paar Penke. Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Platz. Da sitzen sie auch und sind am Gaffen. Da ist der Major, der Bürgermeister. Und ich hätte jetzt gerne mal ein ordentliches Haus gesetzt. Und zwar... Hier. Die Chefhütte. Die passt. Hä? Die passt. Rein damit. Das ist der Auftrag für den Winter. Hier mal ordentlich zu setzen. Und wie sieht es aus hier mit den Karren? Hier sind vier drin. Die warten noch. Hier unten ist schon einer drin. Ja. Also der Carpenter hat jede Menge zu tun. Und... Das eine Haus ist schon fast fertig. Das hier wird gebaut. Hier kommt das Fetch rein. Das heißt, das Ding ist so gut wie durch. Das Wohnhaus ist dann gebaut. Und ist jetzt einzugsbereit. Hier ist schon der Kram für das nächste. Und da brauchen wir natürlich eine Menge Sachen für wahrscheinlich. Da werden Karren gekloppt. Hier wird gemahlen. Ist auch richtig so. Supply ist alles... Na, weißt du, Supply... Äh, nee, nicht per Hand. Weißt du das? Ich hab extra Karren. Damit man auch die benutzen kann. Ich wäre Pferdegetrappel. Da kommen schon die Einwohner. Ins verschneite Nest. Oh, mit Kind. Alles klar. Das nächste Haus wird auch schon in Auftrag gegeben. So, hier ist es. Supply. Nee, komm. Nicht per Hand. Echt nicht. Und auch du. Bitte nicht per Hand. Wenn euch Karren fehlen, ich baue sie. Ist überhaupt kein Problem. Ich baue euch so viele Karren, wie ihr nur haben wollt. Das ist nicht euer Problem. Soll es nicht sein. Da stehen vier. Da kommen noch vier. Ihr kriegt jeden Karren, den ihr braucht. Gibt es im Moment Beschwerden. Housing. Ja, arbeite ich doch dran. Ist doch alles schon in der Mache. Da wird Holz geliefert. Und der Karren gerade neben angebracht. So soll es sein. Er nimmt sich den gerade wieder. Weil hier nur zwei sind. Aber es kommen ja noch welche dazu. Und holt sich hier den Lehm. Dann geht es auch. Wenn genügend Karren da sind. Und wenn die auch taktisch gut verteilt werden. Dann funzt das auch. Ja, sind sie nämlich alle hier mit Karren unterwegs. Und können mehr aufladen als mit Hand. Hand ist doof. Hier kann ich nicht einstellen. Helfer können Karren nehmen. Ne, mit Hand sollte hier gar nichts machen. Es würden ausschließlich selbst Karren genommen. Dafür sind sie da. Aber ich erlaube sozusagen, dass auch Helfer eingesetzt werden können. Aber halt, ne. So. Bei Wagen steht da. Na. Interessant. Brauche ich wahrscheinlich Pferde für. So. Was können wir noch einstellen? Hier. Ressourcen sollen... Äh. Nicht per Hand. Das will ich nicht. Ihr sollt... Nicht per Hand, sondern mit Karren. Dafür sind die Karren da. Schnappt sie euch. Wenn es zu wenig sind, ich baue welche nach. In der Smithy wird... Auch Labor erlaubt sein. Aber mit Karren. Immer mit Karren. Alles mit Karren. So. Inzwischen muss ich gucken. Hier stehen zwei schon drin. Der wartet noch auf Arbeiter. Der holt sich gerade einen Karren. Das ist gut. Da werden weiter Bäume gefällt. Was macht das Lagerhaus? Wood. Mhm. Nägel. Mhm. Eis geht mir aus. Ich muss natürlich irgendwann mal gucken, dass ich Handel treiben kann. Ähm. Dass mal einer kommt. Mit dem ich Handel treiben könnte. Müssen wir abwarten. Irgendwann wird auch mal einer kommen. Aber ich glaube, dazu brauchen wir auch erstmal hier, äh, eine Hütte, dass hier überhaupt Handel entstehen kann. Ähm. Mein Geld geht ziemlich runter. Ich würde jetzt, äh, da gerne was dran ändern. Townhall. Okay. Also, alle Wege zeigen auf die Townhall, die auch in Auftrag gegeben ist. Das ist der Schlüssel zum, 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 zum weiteren Expandieren, zur weiteren Planung. Das muss alles rein. Da ist jetzt ein dritter Karren. Läuft hier. Da sind noch keine. Die warten noch. Da sind vier. Und er arbeitet sich verrückt. Gut so. Da hat er einen Karren bekommen. Hat seinen Wood reingetan. Da bringt er den Karren wieder zurück. Genau. Ab ins Parkhaus. So will ich das haben. Potatoes. Floor. Okay. Das ist, was war fertig geworden? Das Haus. Ja. Das Haus war fertig geworden. Drei Karren da. Passt. Essen, Trinken, Fisch. Alles gut. Oh, da oben. Da kommt die Familie an. Mit dem Karren. Das sind unsere Bewohner. Super, finde ich das. So, da haben wir Wasser. Da sind die Felder. Das war schon taktisch gut gesetzt. Vielleicht hier unten bei den Fischen. Weißt du was? Wir sitzen hier auch mal in Brunnen. Hier unten. Wir haben da einen Brunnen. Da hinten einen Brunnen. Ich will einfach keine. Ich will keine Probleme haben. Dann setzen wir hier in die Ecke, wo eh nichts geht. Da setzen wir hier in Brunnen hin. Weißt du das? So. Und da können sich die Häuser hier in der Nähe auch von da unten bedienen. Dann gibt es hier keine Engpässe. Familie ist gut angekommen. Und hier wird fleißig gearbeitet. Richtig, richtig viel Manpower, ne? Winter ist Bauzeit. Und vielleicht ist eine zweite Mühle auch gar nicht so verkehrt. Elf Bäume. Weißt du was? Obwohl, hier in der Nähe wäre schon toll. Gerade hier so. Oder da. Egal. Wir setzen die Mühle mal hier hin. Vier Wagen sind da. Das läuft gut. Da sind vier. Da, da. Hier hatten wir noch. Das heißt, hier wird als nächstes dann Karren gebracht. Und das ist gut für Lehmarbeiten. Ach, das sind ganz kurze Wege hier. Das sind ganz kurze Wege für Lehm. Und, ähm. Clay brauchen nur noch zwei. Und da kann es hier richtig, da können die Wände hochgezogen werden. Das passt alles sehr, sehr super. Das finde ich sehr gut. Das ist getaut. Wir haben Februar. Die Frage ist, wann beginnt, wann beginnt es mit den Feldern? Weil dann müssen wir, ähm, auf Zack sein. Dann muss es richtig schnell gehen. Es beginnt zu tauen. Der Schnee schmilzt. Ganz langsam. Das Schilf ist wieder grün. Und saftig. Haben wir Wasser? Ne, ist noch nicht. Fertig. Das dauert auch ewig, ne? Bis hier die Town Hall fertig wird. Da höre ich doch schon einen am Wagen hämmern. Sehr gut. So, wann fällt der Startschutz? Ich nehme an, Anfang März geht hier, geht hier richtig der Punk ab. Dann geht es dann wahrscheinlich los. Wir werden mal gucken, ob das der Fall ist. Wann ist die Aussaat? Im Moment ist hier noch gar nichts. Jetzt passiert was. Jetzt ist Saatzeit. So, und das bedeutet, ähm, einer fliegt hier raus. Ne, jetzt fliegen erstmal alle raus. Mh, der Carpenter bleibt. Der bleibt. Äh, im Smithy wird gehämmert, aber nicht. Jetzt, der fliegt jetzt erstmal raus. Mh, Warenhaus soll bleiben. Einer da auch. Diese Baustelle pausiert jetzt erstmal, genau wie diese. Und die Mühle geht jetzt auch erstmal in die Pause. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Der Smithy macht schön weiter. Und dann müssten wir jetzt genügend Arbeitskräfte freisetzen können. Für die Landwirtschaft. Ja, das, da geht es hier richtig ab. Feld 4. Das ist das hier. Genau, die 3 sind jetzt drin. Da wird gesät. Da noch nicht. Da ist noch Essen drin. So, jetzt geht es ins zweiten Feld an den Kragen. Jetzt wird hier gesät. Hier sind sie mit Säen fertig. Hier geht es los. Ja, hier ist richtig. Das ganze Dorf ist dabei. Die Feldarbeit. Das ist, ich hätte mal nicht gesagt, morgens ist wichtig. Nein, natürlich zu Beginn. Das Aussäen und nachher das Ernten. Da will ich viele, viele Leute drin sehen. Die Mühle läuft trotzdem, nee, läuft nicht. Ich packe trotzdem mal einen wenigstens in die Mühle. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, die Mühle am Laufen zu halten. Durchgehend. So wie ihn hier auch. Wenn der nichts mehr zu tun hat, fliegt er dann, glaube ich, auch aus. Also, der muss noch sechs Aufträge machen. Das darf er auch. Im Warenhaus bleibt immer jemand drin. Da auch. Der Bauauftrag pausiert jetzt erstmal, bis die ganzen Felder ausgerichtet sind. Da ist fast das Szenen fertig. Ist fertig und das letzte Feld beginnt jetzt. Hier ist noch Gewusel angesagt. Und das ist auch richtig so, bis das alles ausgeglichen ist. Da hockt einer auf der Bank. Ich sollte vielleicht auch eine Bank in die Nähe der Mühle setzen. Und was wäre es so schön, wenn man sich hier auch ausruhen könnte? Da und vielleicht da. Und da fällt auch hier ein schönes Plätzchen, um sich hinzusetzen. Guck mal hier. Da ist schon. Ne? Und weg. Deswegen im zweiten und da geht es auch schon. Ne, ich wollte schon sagen, da geht es schon los. Aber hier, da ist Bedarf da. Und das letzte Feld ist auch ab. Super. Jetzt geht es auch runter. Jetzt ist der Bedarf unten. Das heißt, wir können anfangen, den Fischer zu besetzen. mit drei Booten. können die rausfahren. Fetch wird nach wie vor hergestellt. Das wird hergestellt. Ich habe den Schmied rausgeworfen. Den würde ich gerne wieder einziehen. Da schafft einer drin, da schafft einer drin, der schafft. Diese Baustelle darf weiterlaufen und vielleicht, wenn er nichts zu tun hat, kann er drüben Fische fangen. Da geben wir das auch mal frei. Die sind alle am wirken. Aber ich sehe die nicht auf den Feldern. Aber wahrscheinlich bringen die die Nahrungsmittel weg. Ich lasse die Farm voll besetzt, ehrlich gesagt. Das ist mit zu Joker. Ich habe die Mühle besetzt. Die hat noch keinen. Soll aber kriegen. Und da ist auch noch keiner drin. Und da ist noch keiner drin. Vielleicht, weil die hier sozusagen... Nö, das schafft auch noch keiner. Ich glaube, die sortieren sich jetzt erstmal alle nach der Feldarbeit wieder neu. Da sind schon zwei Karren wieder drin. Und er klopft weiter am dritten Karren. den er vermutlich auch hier oben erstmal hinbringen wird. Wo schaffst du den hin? Ah, super. Ganz kurzer Weg. Da steht er drin. Zack, drei. Da fehlt ja nicht mehr viel. Die Bank wird angenommen. Hier vielleicht noch Bänke. Nach einer schweren Feldarbeit würden wir sich doch mal zurücklehnen dürfen. Und mal gucken. Oder? Will wir bestimmt. Hier habe ich auch schon drei Bänke gesetzt. Okay, also hier darf ausgeruht werden. Das geht schon. Und vielleicht mag ja der ein oder andere auch so ein bisschen aufs Wasser gucken. Da hätten wir hier eine Möglichkeit. Und vielleicht wird es hier drüben auch ganz schick. so direkt auf den See gucken kann. Ich würde es genießen. So, hier wird ja auch rumgewuselt jetzt irgendwie. Da sind zwei Fische. Wird ja auch in der Town hole. Auch hier wird gearbeitet. Okay. Da wird ja Sitzplätze überall, wo man nur hinsieht. vielleicht so vor jedem Haus auch mal einen wäre. Wäre nicht so dumm, oder? Oder wenigst so hier so dazwischen. Oh, ich wollte gerade sagen, was war an das? Plöng, unsere Town Hall ist fertig. Wie geil. So, dann machen wir jetzt Continue und da auch, weil ausgesät ist. Jetzt wollen wir uns das mal ansehen. Oh, die sieht schick aus. Richtig schick. Komm, nicht meckern. Das ist schön. So, und da hockt er jetzt drin, der Bürgermeister, und das Zelt hier vorne ist weg. Das heißt, diese ganzen Altlasten sind hinüber. Population, das ist die Statistik, die ich vorhin auch schon mal hatte. Economy. Ah, und jetzt kann ich was verändern. Marktpreise, die Miete, gar nicht mal so ein bisschen erhöhen. Ja, ich erhöhe das einfach mal. Die Marktpreise bleibt noch 100%, alles gut. So, das ist natürlich schick. Trading Post, aha, das ist also dann das nächste, was wir im Augenmerk haben wollen, einen Trading Post. Hm, wohin? Ich hätte gesagt, hier drüben, oder? Da so ein bisschen an den Industriepark hier seitlich angeschlossen. Hier sind jetzt alles voller Karren. Hier unten sind alles Karren, das heißt, da kommen die letzten vier. Und der Trading Post ist das nächste, was auf der Agenda steht. Jetzt wird erst mal Fisch rangekarrt und in der Mühle wird fleißig gearbeitet. Da könnte man, habe ich irgendeinen, der nichts zu tun hat? Frauen suchen nach Jobs. Kann da jeder arbeiten? Mist. Schade. Okay. Ist nicht schlimm. Vielleicht machen wir dann noch einen Marktstand auf, dann die Frau kriegen wir noch unter irgendwie. Ihr Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Ich denke, wir werden immer effektiver mit unserer Kolonie. Das nächste wäre jetzt der Trading Post. Den habe ich im Fokus. Und sobald die Mintmühle gebaut wurde, denke ich, werden wir uns daran auch stürzen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch natürlich weiterhin viel Spaß im Netz. Macht's gut. Tschüss.